Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 14. November 2020. Mario tanzt immer noch in seinem Zimmer. Aus purer Langeweile begann Mario ein wenig zu tanzen. Zunächst war es ihm peinlich und er tanzte nur ganz zurückhaltend. Später aber verflogen die Hemmungen und er tanzte sich in einen regelrechten Bahn. Nachbarn beschwerten sich über die vielen lauten schweren Atemgeräusche. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Rang an den Speck, wurde auf Zeit. Wow, das kam jetzt überraschend. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Pete Paul-Grün. Der 14. November war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.